ja hallo liebe leute ich wünsche euch einen wunderschönen tag wir spielen Assassin's Creed Origins 2 da wir befinden uns im DLC die verborgenen haben einige neben quests und hier ist irgendwie auch noch eine quest neben uns die habe ich ausgerüstet sagt man quest ausgerüstet oder ausgewählt die haben wir ausgewählt weil er überhaupt nicht ausgerüstet eine quest rüsten wir hier nicht aus und wir müssen mit Tahira sprechen bin ich mal gespannt ich glaube wir müssen da rein den gage und so wie das aussieht diese zone ist tabu ach Bayek es wird Zeit Rufios Unterführer auszuschalten mach mal oder ist die Hauptquest naja scheiß mal auf die Namequest soll ich er ist ein brutaler Aufseher täglich statuiert er Exempel an seinen Arbeitern ja er wird gleich auch mal sterben oha Junge wollte ich der arme Junge ok ich komm dich holen da muss ich rein ok eigentlich müsste er da hinten sein ja aber wir gehen da rein aber ist es auch klug ihn vor aller augen zu tun wasche deine augen zu siehst du mich nicht denn ich bin eine schatten die passieren manchmal ganz böse sachen na gut wie lange ich mich jetzt hier nicht selbst anzünden ist alles gut ah der hält ein bisschen viel aus wir müssen da mal rüber und dann den kurz töten als ob du mich riechst Bruder was sind das hier für eine scheiße das ist jetzt aber ein trug die haben von dem ding da weg gehauen was sie los mit dir du bist frei ihr seid frei macht etwas bing oh wait hier müssen wir eh hin gut da denkt jetzt der weiß was abgeht und da kommt von hinten zack abgestochen Bruder aber das sind noch mehrere beiden die mir helfen müssen ups also ich gehe die mal ganz kurz retten hier oh 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 warte 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 weg mit euch ich möchte gerne so Seilrutschenattentate machen deswegen rutsche ich mir da jetzt runter ok wenn ich jetzt hier runter rutsche ja kann ich jemand das könnte schwierig werden wenn ich mir komplett zerstört jetzt aber das ist scheißegal muss schon sagen auf einfache das spiel zu einfach die verstärkung ist auf dem weg oh nein die hatten zwei dinger ich sag es mal so soll mal die verstärkung kommen wir machen die fertig wir haben gar kein Problem damit oh du hast einen besonderen Tod verdient du hast einen besonderen Tod verdient du hast einen besonderen Tod verdient hier geht irgendwie vor die Post ab Leute ich weiß nicht warum das ist ja hier hier geht es richtig ab scheißenbrechende an alle Ägypter Rom wird euer weiser gemieter sein der Orden ist ewig ok was ich muss wieder zu Tahir äh vorher müssen wir noch hier kurz paar Schätze sagen in der EU wir müssen gleich mal gucken was wir schönes äh craften können Wahnsinn wir brauchen ganz viel spät war es das jetzt hier? oh das wars ok dann gehen wir wenn das so ist dann gehen war da müssen wir nach oben ne ich hab keine Zeit mehr Profi Kletterer hat sich ausgeklettert weiter nice da bitte nicht weglaufen wir müssen kurz schnacken ich fürchte dass uns mehr Römer bevorstehen Tacitus hat noch mehr Truppen da bin ich ganz sicher wenn wir den ganzen Betrieb lahmlegen gibt es vielleicht einen Aufstand ja aber das ist ziemlich viel ja das könnte schlimm werden oh ich hab die Gefangler schon freigelassen sind die wieder drin kurz neuer Gegner gespawnt oder was? was ist nilzlos ich füge sie dem Opfer für Anubis hinzu da sind sie macht sie nieder Niemand erhebt sich gegen das große Römer ok ich versteh nur Bahnhof seid frei helft mir helft mir ich hab mich selbst genockoutet los Rebell macht sie fertig ihr kackt uns hier ist kein Problem hey oha das ist doch Leben du Pizzer das ist meiner also das war ein Kumpel wir werden auch auf die Fresse oh du hast ein cooles Schwert auf jeden Fall oh du bist auch krass Hilfe! 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 hier noch einer du bist noch der krieger den ich kannte ja der steinbruch muss in guten händen bleiben das wird schwer wofür wird mehr zenturius schicken und dem steinbruch sind doch sklaven die befreit werden müssen zähigkeit ist eure beste waffe arbeitest du für gamilat wir wissen von den verborgenen den großen helden im schatten niemand arbeitet für die verborgenen gut ich danke dir für die hilfe wenn ich in zukunft ein zeichen sehe werde ich es achten haben wir überhaupt noch ein zeichen ich bin ich bin xp bruder holly schild rebellion im sinai hat begonnen mit einer rebellion ladies and gentlemen wollen wir das hier noch kurz hier machen was da hinten obwohl wir ja in dieses gebiet gehen oder ist ein vieler geht dann kann man daran vorbei ja das war erst mal kristen westbarn bis zum geht nicht mehr und einmal bitte wir könnten leben upgraden bin aber auf jeden fall dafür und für leben für beides machen können dann bin weil es jetzt brauchen wir dafür glaube ich schon die krassen sachen genau diese mondscherben dafür brauchen wir noch jeder ist gut und scherben und da würde ich jetzt als nächstes erstmal ein bisschen leben upgraden wenn das geht wie weit ist es denn weg 200 meter in die richtung das ist um die ecke ich kann die fragezeichen die ignorieren weil es tut mir leid ist ich kann es nicht ich möchte die question unbedingt machen aber es geht nicht es ist es ist eine sucht ich kann schon unten im wasser das machen dann kann ich teleportieren die schnellreise machen weil es halt nur wie komme ich jetzt gut dahin das ist ja voll die kacke und er bleibt auch bei jedem stein stehen das ist irgendwie weiter unten wir müssen drunter ich gehe wie so ein verborgener stiki weißer cross warum fällst du das ist schon unangenehm gewesen ach jetzt sind die da hinten aber das ist ja betrug das markieren wir mal wir gehen kurz hier runter und dann gehen wir da hinten hin schade nummel oder jetzt gerochen hallo und tschüss brauchen am ende ja nur den krassen pfk süß die creed schneider richtig niedlich aber ja süß jodt jodt fährt jetzt warum brenne ich wo die makaroni sekunder wo müssen dann war das alles scheiße ja okay wir gehen hier lang und dann gehen wir am und entlang würde ich sagen let's go oh ein bisschen ein bisschen schwimmen aber wir können auch ein bisschen einfach hier bündchen mitnehmen wollte ich jetzt spitz ich finde es gibt sehr wenig plunder dafür dass man für einen erfolg 100 plunder verkaufen soll ist schon ein bisschen schwierig zu bekommen ein bisschen frech versuche jetzt schon mittlerweile jeden kack zu looten zum beispiel da mal so ein ziegelstein oder wo das sein soll immerhin ist das wassererfrischend hier haben wir eine quest die ist ziemlich am rand ich würde erstmal zu der quest gehen auch direkt in die city porten am ende mache ich eh wieder alles in dem dc von daher ob wir das jetzt machen oder später ist gar kein problem das ist ja auch wenn wir das upgraden nein wie viel brauchen wir noch eins uns schrecken sie sich bitte nicht wollen sich ja sagen wir irgendwann max level sind dann upgraden wir noch mal unsere waffe vielleicht geht es auch ein bisschen früher aber naja wo ist der wo das ja hier unten drinnen ja da ist ja unten drinnen mal sehen aber weiß deine arbeiter zu bestens tschuldigung sie haben wir ganz kurz durch ja dankeschön das ist sehr nett von ihm dass sie mich durchlassen perfekt tschüss wir sehen uns später auch das waren aber netze soldaten wird man nicht häufig ein geheimen steinbruch haben die rebellen gemeint auch der arme die armen müssen alle dürfen die alle töten also nicht kinder sondern die römer da die hungrigen augen der kinder hier alle von einem sklavenhändler im horus weg gekauft wo er sein schmuckes pferd reitet ich töte diesen hund und ihr seht die sonne wieder und danke mörderschatten das ist ein spitzname junge mörderschatten weiß nur ab sofort was gehen scheiß weg war wir gehen in der richtung es sei denn hier geht es nicht raus so eine kacke verdammte wo ist das überhaupt im anderen gebiet ja nächstes klärchen bärchen da gehen wir erstmal hier hin da wollen wir jetzt schnell upgraden ne oder ich weiß gar nicht was für ein level unsere waffe ist 42 oder so man aktuell ist sie noch stark genug auf jeden fall so was haben wir für ein problem guitar hero let's go das ist Haganow wieder unser freund in den bergen verstecken sich die gequälten seelen der toten was hat das zu bedeuten das weiß er auch nicht in der alten nekropole in den bergen spuken die toten die nicht ins jenseits wechseln können ah jemand sollte dem nachgehen das ist auch relativ nah dran das ist erstmal noch die quest annehmen bevor wir da hinten hingehen was eigentlich mit euch voll idioten da unten einmal ok tschüss gibt es ein odyssey nicht ins geht dass man keinen feil schaden mehr bekommt was halt ziemlich op ist aber auch lustig ist hätte ich hier auch gerne wenn ich mir noch nie gestorben an freude mit aber trotzdem wäre das lustiger was ist da hinten ok man sah ein bisschen aus wie ein kind aber es ist kein kind ich habe nie einen schatz erwähnt ganz sicher nicht aber könntest du ihn für mich finden irgendwo habe ich ihn ganz gewiss es muss hier irgendwo vermerkt sein wohin ich auch gehe lasse ich meine schriften als eine spur des kommers zurück wie ist diese hier oh nein ein rätsel wo hast du denn gewohnt wo ich gewohnt habe oder das ist weit weg ok lasst erstmal eine quest machen die in der nähe ist 277 100 das ist hier dann werde ich da nach deinem schatz suchen die ganzen neben christen anscheinend auch alle dann gebietsübergreifend aktuell schon so ein paar pyrots die mag ich nicht das ist ja auch mal so ein rätsel wo die immer sind das ist unten ja 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 wusste ich das ist unser kumpel wieder der traurige verzweifelte tacitus wurde vom blitz erschlagen da ich komme ich komme ich komme gut natürlich er beaufsichtigt den handel auf der halbinsel du findest ihn unten er presst blutigen saft aus jeder münze die den horus weg nimmt und diese mauern passiert wie erkenne ich ihn da gibt es ein problem offensichtlich ist eine unterführer aus der ferne ist er nicht zu erkennen keine maske bist du sicher dass er in der festung ist allerdings mein partner ist hineingegangen und nicht zurückgekehrt erwarte mich bei den betenden händen wenn ich ihn finde bringe ich ihn mit bis später als klärchen liebe leute die ampel die werden wir beim nächsten mal natürlich umbringen ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe euch hat das video gefallen und bis zum nächsten mal wenn wir die ampel fertig machen heute rein